Guck mal, Julian, ich habe hier eine Zeitung. Wollen wir mal in die Zeitung gucken, ob hier was drin ist? Was ist der Veranstalter? Ja. Oh, ey, das ist ja cool. Oh, das sind bestimmt besonders irgendwie coole Pianisten. Was machen die denn so? Ich habe hier ein Konzert für vier Hände in luftiger Höhe. Beflügelt, abgetaucht. Andreas Güstel und Julian Allenberger, die beiden Pianisten, freuen sich schon auf ihren luftigen Act beim Eisenberger Murrenpels von Crotter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Amen. 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 Amen.